Es ist faszinierend, Kinder zu beobachten und Kindern zuzuhören. Neulich sagte eine Erzieherin, Herr Pfarrer, kommen Sie mal, Sie müssen mal gucken. Was spielten die Kinder? Vater, Mutter, Kind. Aber so lebendig, man könnte sagen, man wäre in einer Familie mittendrin. Und ich habe es neulich schon mal gesagt, bei einem Taufgespräch frage ich immer so Kinder, wie sie das mit ihren Eltern, wie die das mit ihrem Kind erleben, vor allem wenn es das erste Kind ist. Da geht es ja, das Leben wird auf den Kopf gestellt. Der Takt gibt jetzt das Kind vor, das was früher so in geordneten Bahnen war, das kann jetzt nicht mehr gehen, sondern das Kind schreit und dann schreit es. Auch mitten in der Nacht. Kinder haben eine Offenheit. Und ich sage das auch immer unseren Kommunionen, Katecheten und auch den Eltern, wenn wir uns auf den Weg der Erstkommunion machen, ist es nicht eine Einbahnschiene. Pfarrer und Katecheten und Gemeindereferentinnen und Eltern wissen alles und geben es weiter an ihr Kind. Sondern es ist ein Austausch, ein lebendiger Austausch. Wir profitieren auch vom Glauben der Kinder. Und vor allem spannend sind Fragen von Kindern. Die können manchmal einen als Erwachsenen sogar peinlich treffen. Man überlegt, was soll ich da jetzt antworten? Es gibt einen guten Trick. Seien Sie einfach ehrlich. Sie können auch einem Kind sagen, du weißt du was, genau dieselbe Frage habe ich auch. Und ich habe auf diese Frage auch keine Antwort. Das ist besser, als wenn man dann so ein Konstrukt, man muss ja irgendwie Kindern irgendwas sagen, nee muss man nicht. Man kann auch sagen, das ist auch meine Frage, da hast du recht, eine gute Frage. Jesus wusste auch, dass Kinder etwas ganz Bedeutendes auch uns Erwachsenen sagen können. Und deshalb nimmt er immer wieder auch Kinder, stellt sie in die Mitte oder heute ruft er sie zu sich. Man kann auch die Jünger verstehen, die sagen, ach jetzt ist er auf Pastoralreise und hat mal fünf Minuten Pause. Jetzt lasst ihm doch mal die Ruhe. Aber die Kinder waren ihm noch wichtiger, obwohl die Kinder ja in der damaligen Gesellschaft keine große Bedeutung hatten. Und ich habe das vor ein paar Wochen hier schon mal gesagt, Klammer auf, die Frage ist, welche Bedeutung haben Kinder in der heutigen Gesellschaft? Wir haben gestern vom Kinderparlament gesagt, wenn es Geld kostet, dann sagen die Politiker nein. Also Klammer zu, das müssten wir auch noch mal diskutieren, welche Bedeutung und Stellung haben Kinder in unserer Gesellschaft? Damals war es so, die waren am Rande. Und genau die nimmt Jesus und macht sie zum Exemplar für uns und zum Beispiel. Und drei Grundzüge sind vielleicht bei Kindern, die ich mal so aufzählen möchte, die vielleicht auch uns hilfreich sind. Kinder sind vorurteilslos und sind kontaktfreudig. Was man immer wieder an Kindern beobachtet, die gehen ganz unbefangen mit anderen um. Wenn ich die Rita sehe, wenn ich an unsere Kinder in St. Josef denke, da haben wir alle Hautfarben, haben alle Sprachen und alles, aber das spielt keine Rolle. Die Kinder gehen ganz schwer, das ist gar nicht schwer, in Kontakt zu kommen. Von Kindern können wir das lernen. Und das ist nicht nur ein Punkt vielleicht für unsere Diskussion, wie gehen wir mit Fremden in unserem Land um. Da hilft es uns auch, aber generell, wie gehen wir mit anderartigen Menschen um und wie können wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen und Kontakt aufnehmen. Von Kindern können wir es lernen. Zweitens, Kinder können vertrauen. Kinder sind, die spüren genau, wer es gut mit ihm meint. Und wenn ein Mensch, ein Erwachsener es mit einem Kind gut meint, dann bringt ein Kind ohne irgendwelche, wir wägen ja immer ab, Kammer da und muss man nicht vorsichtig sein. Nein, ein Kind, wenn es spürt, ich bin da angenommen und geliebt und erfahre Zuwendung, dann entwickelt ein Kind Vertrauen. Und dieses Urvertrauen, das ist ja ganz wichtig, das ist urangelegt. Eigentlich brauchen wir das auch als Christen. Ich denke manchmal, wie düster gehen wir Christen durch die Zeit. Wir müssten doch eigentlich das Vertrauen haben, dieser Gott führt uns durch diese Zeit. Egal, was da passiert. Er findet seinen Weg für uns und mit uns Menschen. Und ein letztes, ein Kind ist empfänglich und ein Kind lässt sich noch beschenken. Heute einem anderen ein Geschenk zu machen, ist ja eine schwierige Sache. Und vor allem, man bekommt ein Geschenk und dann rattert es schon, was kann ich, wie kann ich das beim nächsten Geburtstag wieder gut machen. Man muss ja genau dasselbe, am besten übertrumpft man das noch. Können wir uns eigentlich noch beschenken lassen. Ein Kind kann das. Ein Kind lässt sich beschenken und erzählt es nicht, was leiste ich, was bringe ich, was ist das mir wert, sondern in Offenheit lässt sich ein Kind beschenken. Und das will Jesus auch nochmal deutlich machen. Und das macht er uns deutlich für unseren Glauben. Wir sind Beschenkte. Gott liebt uns. Und Gott liebt uns nicht, weil ich die und die Rosenkranzgesetze oder die und die religiösen Pflichten erfüllt habe. Er liebt, weil er mich liebt, so wie ich bin. Und ich muss nichts leisten. Ich werde nur geliebt, wenn ich was leiste. Hat mir neulich eine Frau gesagt. Ich habe kein Vertrauen. In meiner Kindheit musste ich mir das Geliebtsein immer verdienen. Pädagogisch schlecht, wissen wir, was das auch in einem Menschen anrichtet. Bei Gott brauchen wir keine Pflicht zu erfüllen. Er sagt, ich liebe dich. Und wir können uns das annehmen. Und der Weg ist umgekehrt. Nicht, weil ich religiöse Pflicht erfülle, bin ich von Gott geliebt, sondern weil Gott mich liebt, bin ich in der Lage, als Mensch auch für andere und für Gott da zu sein. Und wenn wir das von den Kindern immer wieder neu lernen, deshalb, man sagt immer, Kommunionvorbereitung ist Routine, Taufwortgespräch ist Routine, klar, da ist auch ein Stück Routine. Aber es sind immer wieder andere Kinder und Menschen, mit denen man zu tun hat und die beschenken mich. Und das sagen auch die Katecheten am Ende des Kurses, eigentlich bin ich die Beschenkte, die die Kinder begleiten durfte, weil wir von den Kindern etwas ablesen und abschauen können für unser Leben, für unseren Glauben und für das Bewusstsein, du und ich, wir sind alle von Gott geliebt, ohne dafür irgendetwas zu tun. Amen. Amen.